So Freunde, guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht, also in Minecraft und jetzt bin ich hier in der Ecke aus irgendeinem Grund. Na toll. So, wir sind wieder da. Das Dach ist immer noch absolut riesengroß. Ich glaube, ich werde es vielleicht aufbrechen und hier irgendwo einen Balkon reinmachen. Hier muss auch noch ein Dach drauf. Dafür habe ich sogar mittlerweile eine Idee, wie ich es machen könnte. Ich glaube, es wird so ähnlich wie das, aber nicht so spitz. Wer nennst du hier Spitzkopf? So, habt ihr vielleicht wieder Bock? Ne, ihr. Du und du und du und du. Eins und zwei. So. Gut, und dann brauchen wir natürlich nochmal rote Farbe für die beiden Kleinen. Die beiden Kleinen. Wo seid ihr dann? Ach hier. Rot und rot, sehr gut. Und wie gesagt, wenn die dann da alle drin sind, kann man die ja dann knattern lassen und dann werden die demnach auch Kinder produzieren, die die gleiche Farbe haben. So, wir holen uns gerade nochmal einen Dorfbewohner, weil ich bin jetzt doch zum Entschluss gekommen, dass ich vielleicht die Scheren doch kaufen möchte. So. Hallo, mein Freund. Babababababababababababababababab. So. Hi. 18 braune Wolle für einen Emerald. Nicht so krass, aber ich nehme dir gerne alle Scheren ab, die du mir geben willst. Gut, danke. Und du kannst dann auch gerne dich replenischen, wenn du Bock hast, Junge. So, braune Wolle, okay. Das heißt, ich kann von Wolle auch Kohle machen. Das heißt, ich sollte vielleicht auch noch ein paar mehr Shepard-Männer ran haben. So, und dementsprechend möchte ich dann auch einmal hier, wobei weiß ich, kann ich einfach so machen. Euch lasse ich erstmal gerade. Weil weiße Wolle haben wir eigentlich genug. So. Das ist doch eine Frechheit. Okay. Haha. Uh, dass es da auf der Kante landen kann, ist natürlich ein bisschen problematisch, ne? Aber gut, ich meine, wir sollten keinen riesigen Verlust erleiden dadurch. Das läuft hier schön alles nach unten durch. Okay, sehr gut. Gut. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich um ein Lagerhaus kümmere hier, oder? Ich glaube echt, es wird Zeit. Ich lege die mal gerade hier rein. Vielleicht kommen die ja dann unten auch an. So. Ich meine, hier wäre ja eigentlich der perfekte Ort, oder? Ich glaube, ich weiß, warum die immer verbrennen. Die Kleinen, die laufen hier auf die Kante drauf. Naja. So. Ich habe keinen Silk Touch dabei, aber egal. Wir machen jetzt erstmal folgendes. In der Hoffnung. Aha. In der Hoffnung, dass ich irgendwo noch Eier habe, dass ich die, äh, dass ich wieder, wieder die Hähnchen irgendwo herbekommen kann. Sonst habe ich bald echt Probleme. Aber egal, ich sollte ja irgendwo, sollte ich ja Eier herbekommen können. So. Was? Du mieses Drecksvieh. So. Damit ist das weg. Und dann muss ich nur noch gucken, wie ich hier das Lagerhaus am besten hinbekomme. Ich denke, ich werde hier wahrscheinlich die Ebene ein bisschen plätten. Und dann, meine hier das Haus wird maximal bis hier so gehen, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich hier drei Abstand lasse, dann kann das Lagerhaus hier anfangen. Und es könnte, es könnte eigentlich bis, bis hier gehen, theoretisch. Ich will es aber eigentlich nicht so weit treiben. Ähm. Aber ich mache gerade erstmal, ich hole mal gerade ein bisschen Erde und dann schütten wir mal den ganzen Scheiß hier auf, der hier im Weg liegt. Und dann gucke ich mal, wie ich das am besten mache. Na toll. So. Ähm. Ja, wir haben noch zehn Eier. Davon kriege ich vielleicht ein Hähnchen, wenn ich Glück habe. Boah, hier könnte auch noch drin sein, ne? Hier ist noch ein Ei. Ein Ei ist der Bruder von ein Stein. Ha. Mann, bin ich witzig wieder. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ich habe ja noch lauter Redstone-Scheiß. Ach so, das ist von dem Ding, ne? Ja, okay. Wir nehmen mal gerade die Erde. Und dann, ähm. Mache ich mich mal an die Arbeit, da vorne aufzuschütten. So, und zwar. Hier muss offen bleiben. Ich würde aber hier zumindest so zumachen dann. Na komm. So was. Aber ich muss hier noch eins hoch, ne? Hm. Oder muss ich noch eins hoch? Eigentlich nicht, ne? Ja. Moment, andere Idee. Ich muss das jetzt nur vorsichtig machen, dass ich nicht irgendwie hier zu weit rausgehe. So was. Okay. Ich fülle mal gerade hier den, äh, den, äh, See ein bisschen auf, dass mein Inventar wieder ein bisschen befreit wird. So. Sorry, dass ich in, in der letzten Folge nicht so viel gesagt habe. Ich bin gerade irgendwie mega in, in so einer Phase, wo ich, wo ich hart nachdenken muss. Über was ich als nächstes bauen will und wie ich es bauen will, ohne dass es vollkommen bekackt aussieht. Und deswegen, ähm, halte ich ab und zu lieber mal die Fresse und baue lieber mal richtig, statt, äh, statt irgendeine Scheiße zu labern und gleichzeitig irgendeine Scheiße zu bauen, die ich am Ende gar nicht so haben will, deswegen, huch, deswegen bitte ich zu verzeihen. So. Ich muss hier ein bisschen was einsammeln, wenn ich kann und darf und, äh, wollte und dürfte und sollte und könnte. So. Ich geh mal gerade pennen. Und dann morgen, ähm, ach du Scheiße, Alter, das Ding füllt sich so mega schnell, das ist nicht mal fertig. Äh. Okay. Ähm. Ich werde jetzt erst mal. ein bisschen Scheiße ablegen in die Redstone-Kiste. So und so und so und so und so und so und so. Und dann. Ach, da hat ja einer was vergessen. Da hat ja einer was vergessen. So, dann wollen wir mal das hier und das hier kurz entwenden. Baby Chaff und Baby Chaff kommen mal gerade mit. Bam, 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 bam. So, dann ab ins Gelbe. Nicht da vorne reinfallen, bitte. Danke. Danke. So, und dann, ähm, wenn ich gerade schon mal dabei bin, lege ich hier auch mal kurz die, die Dinge ab, weil die brauche ich, glaube ich, auch noch. Hier an dieser Stelle. So. Ich höre ein Skelett irgendwo. So, gelb, ne? Zweimal gelb. Und dann wird mal gerade gegönnt. So, wo seid ihr? Hier. Hier. Ihr seid jetzt die zwei Gebrüder gelb, ja? So. Weil hier will ich vielleicht dann doch ein bisschen. So. So. Die Frage ist jetzt, wie am Ende das Haus hier mit den, mit den Viechern drinnen aussieht. Oder ob ich das vielleicht umziehe. Das hier gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die Erde hier so lang geht. Das gefällt mir so gesehen ganz gut. Ich müsste nur... Wobei, wir können ja hier, das können wir ja gerade nochmal abtragen. So. Müsse ich vielleicht hier hinten am Ende noch ein bisschen auffüllen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein in dem Sinne, oder? Dann, 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 dann. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich könnte mir mal gerade hier ein paar Kisten, ne? So. Dann hier den ganzen Scheiß gerade mal loswerden. hier kann ich ja einfach mal als als beispiel anfangen das ist ja hier weit genug weg und da sagt man das das ist aber nicht die außenwand die außenwand würde dann hierhin kommen zum beispiel sagt man ich mache mal so dann lasse ich drei abstand und mache ich so dann lasse ich noch mal drei abstand wobei die frage ist natürlich wenn ich aber hier noch eine treppe drinnen lassen würde dann müsste ich hier vier abstand lassen hier und dann noch mal drei abstand dann wäre ich hier das ist mir glaube ich aber ein bisschen zu viel so würde gehen aber dann ist dann kann hier halt keine treppe rein so ne kommen wir machen wir machen so lasse ich hier eine wand und dann kann ich hier zum beispiel eine leiter dran machen und dann wäre die nächste kiste hier und dann wäre die außenwand hier und dann hier noch verzehrungskram würde es rein platzmäßig passen wobei dann bin ich aber schon wieder hier so nah dran selbst wenn ich hier den abstand nicht lasse selbst wenn ich den abstand nicht lasse bin ich hier immer noch relativ nah dran dann habe ich 1 2 3 4 5 hier eine wand wäre es würde gehen es würde gerade so gehen und hier wäre 1 2 3 4 5 6 oder soll ich es dahin aber da ist schon so ein riesen haus kommst du her jetzt oder ich mache das ganze weißt du was ich kann es auch nach hinten machen stück einfach das wäre auch eine idee das mache ich glaube ich das mache ich dass es von hier aus anfängt erst so irgendwo 1 2 3 1 2 3 dann würde es auch hier eigentlich nicht kollidieren dann könnte ich auch weil wenn ich hier vier abstand lasse hoch ja wobei das könnte gehen finde ich ne dann habe ich aber nach hinten hin nicht so mega viel platz wie ich gerne hätte vielleicht am ende bohr aber eigentlich müsste das hier reichen wenn ich hier ein bisschen aufschütte alter ähm hm sorry dass ich sorry dass ich gerade so lange brauche ich muss echt mal überlegen wie ich es hier machen würde gerne weil ich wollte ja auch eigentlich ein automatisches lager machen wo ich einfach nur die sachen in eine kiste werfe und das sortiert wird aber dann dann kann ich die kisten in der mitte nicht machen das wäre aber auch noch eine idee das wäre aber auch noch eine idee boah alter ne wir machen mal folgendes gerade ich überlege mir bis in die nächste folge wie ich es machen möchte ich probiere mal ein bisschen auf meiner testfile drum und äh ja ich bedanke mich fürs zuschauen und bedanke mich fürs zuschauen hoffe die folge hat dir gefallen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss